Lieber Ludwig, ein Hommage an Beethoven. Ein Buch von Dr. Ghassan Al-Halabi. Eine außergewöhnliche Idee. Seit über 20 Jahren schreibt der Beethoven-Verehrer Dr. Ghassan Al-Halabi Briefe an seinen Freund Ludwig. Darin erzählt er ihm zum Beispiel, wie seine Musik auf den Zuhörer wirkt und wie seine Botschaften uns erreichen und unser Leben verändern. Ebenso erzählt er ihm einiges von dem, was nach ihm in dieser Welt geschah und viel über ihn selbst als musikalischer Tondichter, auch aus der Sicht anderer Musiker, Denker, Schriftsteller und Philosophen. In einem anderen Brief erklärt er ihm seine Schwerhörigkeit aus heutiger medizinischer Sicht. In manchen Passagen nimmt er tiefgründig Bezug auf seine sowie auf unsere Psyche. Dabei wird immer wieder deutlich, wie sehr Beethoven uns als Vorbild dienen kann. Jetzt im Buchhandel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017